Bei uns Türken gibt es ja leider viele Erneuerungen. Wenn man diese Leute darauf anspricht, dann zählt man gleich als Extremist. Wie soll man darauf reagieren, auch wenn es die eigenen Eltern sind, dass man viel Geduld zahlt? Schaut mal, wir können nicht von jemandem erwarten, der 40 Jahre Kartoffeln gegessen hat, dass er am nächsten Tag Mais ist. Das geht nicht. Sondern wir müssen ihn langsam, langsam dazu bringen, dass er versteht. Walhamdulillah, wen Allah die Rechtleitung gibt, so wird er verstehen. Auch wenn es eine alte Person ist. Aber wen Allah nicht Recht leitet, so ist das nicht in unserer Hand. Sondern wir gebeten den Leuten das Gute und wir sollten das gerade mit den Eltern auf beste Art und Weise machen. Denn sie sind die Türen zu unserem Paradies. Das ist die Türen zu diesem Rühen. Das ist die Türen zu diesem Rühen.